Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Neben dem Jungen, der überlebte, gibt es auch den Jungen, der niemals erwachsen werden wollte. Und genauso wenig ist er popkulturell totzukriegen, noch sehr, sehr viel länger. Und damit geht es heute um Peter Pan und Wendy, eine weitere Neuauflage der altbekannten Geschichte von J.M. Barrie. Einmal mehr umgesetzt von Disney, allerdings nur auf Disney+. Wenn ihr das hier hört, könnt ihr euch schon selber ein Bild davon machen. Wir durften den Film allerdings vorab sehen, dürfen aber jetzt erst hier offiziell darüber sprechen. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, ich brauche mich gar nicht groß vorzustellen. Und jemand, mit dem ich schon lange nichts mehr gemacht habe, der jetzt auch zuletzt nicht mehr so häufig zu hören war. Aber erst mal wieder hier. Manche kennen ihn vielleicht noch von den Herr-der-Ringe-Besprechungen. Hi Lasse. Hallo. So lange ist es ja nun auch nicht her. Ja, schon ein bisschen. Hab schon Zeug gemacht hier und da. Ja, das Jahr ist ja noch nicht so alt. Ja, wir haben das Vergnügen, den Film heute zu besprechen. Wir durften ihn, wie gesagt, schon vorab als Screener sichten. Und ja, das Presseembargo läuft bis zu dem, oder ist dann kurz nach dem Zeitpunkt gefallen. Oder nee, kurz vor diesem Zeitpunkt jetzt hier gefallen, wo ihr das hier auf die Ohren bekommt. Und das ist normalerweise nicht so ein gutes Zeichen, ne? Mhm. Ja, also kann alles Mögliche bedeuten manchmal. Manchmal irgendwie halt, oh, wir wollen keine Spoiler oder wie auch immer. Und in anderen Fällen, das Studio macht sich eventuell Sorgen. Also es können verschiedene Faktoren sein. Ja, also meistens ist es natürlich eher so bei Kinostarts. Also ich kann mich noch erinnern, Rambo 5, da fiel das Embargo auch am Starttag um 9 Uhr morgens. Und ja, das war wohl nicht ganz unberechtigt. Mehr dazu im Rambo 5-Cast mit Stu. Also die Gründe kann man sich wohl so zusammenreimen, insbesondere was den Fakt betrifft, dass das Ganze hier ja rein online veröffentlicht wird. Wenn man sich auch so die Kommentarspalten und Like-Dislike-Verhältnisse auf YouTube zu dem Film hier ansieht. Aber sag uns doch erst mal für diejenigen, die noch nie irgendwas von Peter Pan gehört haben könnten, worum es hier eigentlich genau geht. Ja, das Problem ist, für die Leute ist dieser Film auch nix. Weil der nichts ist für etwas, die noch nie was von Peter Pan gehört haben, ist das Problem. Aber an sich geht es um einen Jungspund namens Peter Pan, der aus dem magischen Land Nimmerland kommt, dorthin geflohen ist, weil er nie erwachsen werden wollte. Und er nimmt Wendy, ein Mädchen am Rande des Teenager-Daseins, so könnte man sagen, und ihre beiden Brüder, John und Michael, mit nach Nimmerland, wo sie gegen die Piratenbande rund um Captain Hook kämpfen. In diesem Fall hier gespielt von Jude Law. Und das ist eigentlich alles, was dieser Film übernimmt, so gesehen jedenfalls von der Grundprämisse der Geschichte. Eigentlich steckt da noch einiges mehr dahinter. Aber natürlich auch, was der Film übernimmt, ist diese Angst vor dem Erwachsenwerden an sich, was ja Wendy überhaupt motiviert, mitzukommen, originalerweise. Und dass sie halt es vermisst, mit ihren Brüdern zu spielen und so weiter. Und das wird hier definitiv auch thematisiert. Ja, aber ansonsten ist da nicht viel beibehalten worden, abseits davon, dass es verlorene Kinder gibt und eben auch eine Fee namens, ich glaube, sie hieß dann jetzt auch Tinkerbell hier in der Version. Genau, und ansonsten ist aber vieles, vieles anders. Das hier ist kein Remake, sondern es ist einfach eine neue Version, die man halt wirklich abseits von dem Zeichentrickfilm eben auch dann anschauen kann. Das Problem ist eben, wie gesagt, ich glaube, das Problem liegt darin, dass dieser Film ist ... Der ist nichts für Leute, die noch nie was davon gehört haben. Weil ich glaube, das Problem von dem Film ist, dass die davon ausgehen, dass sie das alles kennt. Und entsprechend sparen die Details aus, die eigentlich wichtig sind zum Verständnis von bestimmten Sachen. Ja, ähm, also neue Interpretationen würde es in meinen Augen schon treffen. Ja. Ich hatte ja schon erwähnt, der Film ist ja im Vorfeld schon relativ, ja, bombardiert worden. Mit, äh, ja, muss man leider sagen, in Teilen Hass und Missgunst aufgrund der Besetzung. Und, äh, dann, äh, ja, von wegen, warum brauchen wir jetzt schon wieder ein Disney-Remake? Und, äh, man hat ja auch diesen, äh, alten Film dann noch irgendwie im Kopf. Hier ist ja einer der großen Disney-Klassiker von 1953. Den hab ich jetzt, äh, in Vorbereitung auf den Film tatsächlich auch noch mal gesehen. Und auch noch mal Speebergs, also Steven Speebergs Hook von 1991, der ja auch noch sehr in den Köpfen steckt. Und, äh, das kann ich schon mal sagen, weil sich ja alle so aufregen über, äh, diverse Besetzungen. Dann schaut euch mal den Hook-Film an. Weil der ist nämlich durch die Bank, sowohl was die verlorenen Jungs als auch die Piraten angeht, divers besetzt. Also da war ich sehr überrascht, weil heutzutage ja überall so getan wird, als, äh, sei früher, äh, die Darstelleriege nur über, äh, über weite Strecken weiß gewesen, ne? Ja, genau. Ne, ich mag die verlorenen Jungs dort sehr gerne in, äh, in Hook. Die Gruppe ist ja allgemein dort sehr viel größer. Es ist halt sehr, sehr angewachsen und so. Und ja, ich mag die, ich mag die Gruppe der Tiere. Ich mag die Figur des, äh, Rufio. Ich mag die Idee von dem Film an sich. Ich mag den Film an sich sowieso. Ich finde, dass, äh, Spielberg hat da was richtig Schönes gemacht. Ich finde, das ist eine, eine coole Idee gewesen. Er krankt hier und da ein bisschen an dem typischen 90er Spielberg-Schmalz. Ja, ja, ja. Äh, gerade, gerade im Finale, weil so die ersten zwei Drittel sind psychologisch ziemlich interessant. Und sobald Robin Williams dann wirklich zu Peter Pan wird, dann zieht er seine typische Comedy-Nummer ab. Und es wird ein bisschen, äh, aber trotzdem macht's immer noch Spaß. Ja, äh, würde ich mich auch anschließen. Also, ähm, und, äh, ich hab halt festgestellt, also, ich fand das halt so interessant, dass alle möglichen Leute, die jetzt diesen Film mir abgelehnt haben, erst mal gesagt haben, ja, also, jetzt guck ich mir erst mal, äh, den schönen, äh, Zeichentrick-Film von 1953 an. Oder aber Hook, wo ja die Welt noch total in Ordnung war. Und dann guck ich mir den Film so an und denk mir so, nee, der große Unterschied ist es auch nicht. Auch, dass sich drüber mukiert wurde, dass der Film jetzt nicht mehr Peter Pan, sondern Peter Pan und Wendy heißt. Äh, Breaking News. Das, äh, Buch, beziehungsweise das Theaterstück, worauf das Ganze basiert, hieß auch schon Peter and Wendy, ja? Also, wer dahinter jetzt irgendwie, was weiß ich, ist, äh, ich mein, das, äh, dauert ja wirklich keine zwei Sekunden, dann kommen irgendwie Leute an mit, äh, Woka-Agenda, was auch immer das sein soll. Müssen wir jetzt aber auch nicht so im Detail hier ausführen. Ich war jedenfalls, äh, gespannt auf diesen Film aus einem einzigen Grund, nämlich, äh, wegen dem Regisseur. Wie war's denn bei dir? Ja, das war auch der Grund, warum ich so teilweise neugierig war. Aber ich muss sagen, ich hab abseits von seinem Pete's Dragon Reimagining auch nichts von ihm geschaut. Und, äh, aber ich weiß, ich weiß, was er ist, ich weiß, was er macht. Und entsprechend, dass er halt hierfür dann zu Disney zurückkam, ähm, dachte ich mir, okay, mal schauen, was da, was da eventuell draus wird. Aber das war auch, ja, der einzige Aspekt, warum ich halbwegs irgendwie neugierig war. Aber wär der jetzt ins Kino gekommen, wär ich da auch nicht reingegangen. Wenn ich ihn jetzt, ohne das, ohne dass ich halt den Pressescreener, ähm, dann hätt ich ihn auch geschaut auf Disney Plus, weil, hey, kostet mich nichts. Ähm, aber so ist es mir noch ein, äh, ja, ein bisschen lieber gewesen, glaub ich. Ja, du hast ja grad schon erwähnt, David Lowery, der, äh, Pete's Dragon, beziehungsweise Elliot, der Drache gemacht hatte. Ein Film, wo ich mir erst dachte, wofür braucht man den? Und wo ich ihn dann gesehen hab, fand ich ihn ziemlich, ziemlich großartig. Ist in meinen Augen, und, äh, äh, das sag ich hier und jetzt erneut, äh, ist in meinen Augen, äh, das bislang beste Disney-Remake. Der ist jetzt zwar kein Meisterwerk oder was, aber das ist eine moderne Neuinterpretation, äh, die, äh, sich einfach sehr frisch und herzlich anfühlt und eben auch, äh, ja, eben, äh, einen eigenen Spin gefunden hat. Es ist wirklich kein Remake, ja. Also, es ist halt wirklich, benutzt ganz, zwei, drei ganz grobe Punkte und ansonsten macht's ein eigenes Ding. Und in ähnliche Kerbe steckt das hier ein bisschen, aber nicht ganz. Wo's halt, wie gesagt, weil es gibt halt hier und da so leichte Referenzen an das Disney-Original, aber ansonsten nimmt's halt ein paar Elemente vom Buch und macht dann sein eigenes Ding draus. Und, äh, das, und in dem Sinne ist es halt irgendwie Reimagining oder was auch immer. Ja, ich würd auch, äh, den Film eher, äh, dahingehend äh, angehen, dass dass das hier wirklich in erster Linie eine Neuverfilmung oder Neuinterpretation des Buches ist. Ja. Und weniger, äh, des alten Disney-Films. Und, äh, das ist wohl auch mit das Beste, wo, äh, man sich mit dem Ganzen, äh, einfach annähern kann. Äh, David Lurie hat ja, äh, zwischen Elliot der Drache und dem hier auch noch einiges anderes gemacht. Sei es jetzt wirklich Arthouse-Kino wie The Ghost Story oder zuletzt, äh, The Green Knight. Äh, den hast du ja, glaub ich, auch nicht gesehen. Den kann man auch sehr, sehr empfehlen. Kann man aktuell auf Netflix sehen. Ist allerdings auch wirklich spezielle, äh, Arthouse-Fantasy-Kost, sagen wir es mal so. Ja, aber der hat mich neugierig gemacht. Also, der steht auf meiner Liste. Ja, da muss man wirklich, äh, für empfänglich sein. Also, äh, darf man auch gerne hier in die Besprechung reinhören von, äh, Lida und Max, als der, äh, damals ins Kino kam. Der Film hier kommt ja nicht ins Kino. Er war erst, äh, für Streaming angedacht. Sollte dann doch wieder ins Kino kommen und ist jetzt einfach doch wieder auf Disney Plus gelandet. Und was kann man sagen? Also, ausgehend von dem, was, äh, David Lowery gemacht hat und was ich erwartet hatte, muss ich sagen, äh, dass dieser Film vor allem eines hat. Handschrift. Und das eigentlich schon in der allerersten Szene, die wir sehen. Nämlich dieser ganze Film beginnt mit einer, wie ich finde, großartigen Plansequenz. Ja, es ist mir aufgefallen, aber dachte ich, ja, gut, wie auch immer. Aber sofort, sofort fällt da der Look auf. Also, das ist halt definitiv etwas, was, äh, der, der Hauptbestandteil ist. Ähm, es ist trägt, es sieht nicht so fürchterlich billig aus, wie halt einige andere der Disney-Remakes oder irgendwie übermäßig bunt oder halt so schlecht ausgeleuchtet oder wie auch immer, mir gefiel, mir gefiel der Look an sich mit diesen leichten Sepia-Tönen. Ich fand, die Qualität der visuellen Effekte war vollkommen in Ordnung. Halt jetzt nichts irgendwie zu right home about, aber es war auch nichts, wo ich irgendwie dachte, oh Gott, hier ist irgendwie schlechter Digitaleffekt. Also, das, den Eindruck hatte ich nicht wirklich. Ja, also, das, das fand ich halt, den, den Look an sich fand ich schön. Ja, es ist ja auch tatsächlich derselbe Kameramann hier am Werk gewesen, wie bei, äh, Pete's Dragon auch schon. Also, äh, Burjan Barselli, der absolut herausragende Arbeit schon abgeliefert hat bei so was wie A Cure for Wellness zum Beispiel. Lone Ranger auch. Genau, äh, beide mit Gore Verbinski. Und im Vorfeld wurde der Film ja, also, ja, ich muss sagen, wo ich mir dann die Trailer noch mal angesehen hab, manche Szenen wirkten schon sehr, sehr dunkel im Trailer. Im Film selber ist es mir nicht so aufgefallen. Aber gerade am Anfang fand ich den Film schon vielleicht einen Tacken zu düster. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, äh, gefällt mir das einfach, wenn man von Anfang an ja einfach auch ein bisschen, ja, was, was Eigenes mit einbringt. Ich meine, also, viele haben sich ja beschwert, ach ja, der alte Disney-Film ist ja so bunt und lustig und der hier sieht ja so düster und ernst aus und kommt dann auch noch mit böser politischer, äh, Propaganda daher. Also, guck ich den nicht, ne? Das, ähm, kann jeder natürlich für sich selber entscheiden. Äh, mir hat's, äh, tatsächlich auch gefallen. Es passte eben auch zu dieser, äh, konsequent anderen Herangehensweise, ne? Ja, durchaus. Ähm, aber genau, aber das, äh, für mich, für mich kam der Film, der Rest des Films kam mir vor wie in so ein konstanter Clash zwischen dem, was Disney wollte und dem, was Laurie eventuell wollte. Äh, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl. Weil das Ding mit Pete's Dragon ist, dass das, dass das ein Film ist, der durchaus eher familiengeeignet ist, aber eben einer, der auch Kinder nicht für, nicht für doof hält, sondern halt von wegen hier, wir behandeln hier gewisse ernste Themen, wir sind ein bisschen nachdenklicher, melancholischer und so weiter und wir geben uns aber auch einer, so, ähm, äh, mystik, zauberhaften Freude hin, wenn's passt, ne? Also, all, all, all diese Bestandteile. Und hier hab ich das Gefühl, ist so viel heruntergedummt, halt auch im Vergleich zu, zu der originalen Geschichte. Äh, so, so kommt's mir vor. Weil was, was diesem Film wirklich fehlt, ist irgendwie Edge. Mensch, was ich irgendwie erwartet hatte. Weil ich halt dachte, hey, Mensch, man kann ja mal ein bisschen mehr in die Vollen gehen, in so einem gewissen Sinne, weil das Original, weil der, so sehr ich den Disney-Film mag, der nimmt wirklich die Düsternis raus aus der Original-Story. Da sind einige psychologisch interessante Aspekte im Buch, die Disney weggelassen hat aus offensichtlichen Gründen. Äh, kann man dem auch nicht groß ankreiden, weil, hey, das ist einfach eine, eine Disney-Version aus dieser Zeit und für das funktioniert es ganz gut, erzählt die Story schön, lässt ein paar Sachen weg, aber wie auch immer, so ist es. Und hier, halt, wo die sich da wieder drauf hätten stützen können oder was auch immer, es ist ein sehr komischer Mischmasch, von dem ich nicht weiß, ob da Kinder wirklich groß unterhalten sein werden, weil der Film wirkt so fürchterlich unentschlossen. Einmal dem Film fehlt es halt wirklich an Humor, wo ich halt, ja, man muss ja nicht alles irgendwie groß zuflassen, aber halt, es funktioniert dann, funktionieren im Humor. Halt, da packen die jemanden wie Jim Gaffigan als Mie da rein und dann ist er nicht lustig. Der Rest der Piraten ist nur Staffage größtenteils. Und, ähm, und ansonsten halt, weiß nicht, es gibt ein, zwei Slapstick-Momente, wo es kurz funktioniert. Unter dem auch, äh, und zu schade auch um Tinkerbell, weil ich fand, die Schauspielerin hat das wirklich sehr, sehr schön und charmant gemacht, aber andererseits denke ich, das ist auch die falsche Herangehensweise, weil das ist nicht der Charakter. Und klar, man kann Sachen anders machen. Ich finde auch, Julia Roberts hat nicht so viel Hass verdient, wie sie abkriegt für ihre Performance in Hook, weil ich finde, da finde ich sie größtenteils sehr unterhaltsam. Aber es ist definitiv nicht die edgy Figur, wie sie im Buch ist. Und hier ist sie einfach nur, wird sie ab und zu eingeblendet und hey, sie ist die nette Fee. Ja. Und, äh, sie wirkt einfach viel zu nett, ist ein bisschen das Problem. Und klar kann man's anders machen, aber das Resultat ist, ihr Charakter fühlt sich so nichtssagend an dadurch. Was echt schade ist, weil ich mochte halt, ich mochte ihr Design, ich mochte die Performance an sich. Und, äh, der ganze, das gilt auch für den ganzen Rest des Casts, meiner Meinung nach. Boah, Jude Law würde ich da zum Beispiel ausnehmen. Und, äh, Eva Anderson auch, die, äh, ja, Wendy spielt. Wo, ähm, unser, äh, Chef Andi in unserem Trailer-Format, äh, also Reaction-Format Trailerama, wo man auch sehr gerne reinschauen kann auf Twitch und auf YouTube, wo er meinte, äh, dass ihn, äh, die Wendy an eine junge, junge Mila Jovovich erinnert. Und der größte Witz des Ganzen ist, sie ist tatsächlich die Tochter von Mila Jovovich und, äh, Paul W.S. Anderson. Ja, und das Witzige ist, ich hab erst vorhin festgestellt, dass ich sie schon im anderen Film gesehen habe. Und zwar in Black Widow. Ach, okay, ja. Ach, hat die ... Da spielt sie die, da spielt sie die junge Natascha tatsächlich, ja. Ach, okay. Ja, gut, das war ja nur eine kurze Szene. Ja, aber das ist wirklich halt irgendwie so ein zehnminütiger Prolog oder wie auch immer. Und halt, ich dachte, oh, Mist. Aber ich hab sie echt, ja, ich hab sie da erst nicht erkannt. Aber hier fällt sehr viel ihr aus, dass sie ihrer Mutter ähnlich sieht, ja. Ich fand sie auch tatsächlich gar nicht verkehrt. Also, äh, die hat ein Gesicht, was die Kamera liebt, sag ich mal. Ähm, und, äh, sie haben ihre Rolle tatsächlich auch aktiver gestaltet als in dem alten Film. Weil, äh, wo ich den jetzt noch mal gesehen habe, äh, in dem alten Film wird tatsächlich sehr ... Also, wird sie teilweise schon rücksichtslos von, äh, Peter behandelt beziehungsweise eigentlich nur freundlich, wenn er irgendwie Interesse an ihr hat und, äh, da nicht irgendwie die nächstbeste Meerjungfrau angeschwommen kommt und sie dann plötzlich Luft ist. Ähm, also, äh, da ist sie zum einen, gibt sie zum anderen, äh, mehr Contra und zeigt das auch auf, was Peter Pan eigentlich führen. Also, das ist mir jetzt auch noch mal bewusst geworden, auch im Hinblick auf die Vorlage. Äh, Peter Pan ist eigentlich ein ziemlicher Poser. Oh ja, oh ja, das ist, das ist definitiv ein Bestandteil davon. Und das kommt hier auch durchaus ein bisschen rüber. Mein Problem sind weniger die Performances größtenteils. Wo ich ja teilweise das Gefühl hatte bei Jude Law, er weiß nicht exakt, wie er es spielen soll. Und es meandert so ein bisschen. Ich glaube, Jude Law ist nicht so gut mit Villain-Parts. Die einzige Ausnahme ist, ähm, Road to Perdition. Wo er extrem finster und gruselig ist. Aber da ist es halt eher auch so, dem so ein Henchman-Type, der halt irgendwie so zum Main-Villain wird. Ansonsten hat er mich nie groß überzeugen können in dieser Art von Rolle. Sei es jetzt King Arthur Legend of the Sword oder aber, ähm, seine, seine, sein Sprechpart in Rise of the Guardians. Ähm, und, und hier, es wirkt irgendwie so unentschlossen. Wo ab und zu ist es so, so, so leicht charmant, teilweise so bisschen Richtung Comedy. Aber es ist so irgendwie so nichtssagend. Und das, und das trifft weniger auf die Performances zu, als vielmehr auf die Rollen. Aber ich weiß nicht, ob du das Gefühl hattest. Mir kommt es vor, als wäre dieser Film runtergeschnitten von einer Drei-Stunden-Fassung. Boah, würde ich jetzt nicht sagen. Also, äh, es fällt allein schon auf, dass der relativ kurz ist gegenüber anderen Disney-Remakes. Und das Paradoxe ist ja, also wie gesagt, ich hab den alten Film jetzt sehr präsent, den von, äh, den Zeichentrick-Film von 53. Und der ist ja auch jetzt nicht unbedingt, wer weiß, wie handlungsreich. Ja. Und, äh, eigentlich auch relativ episodenhaft, was natürlich auch durch die Vorlage bedingt ist. Aber der neue Film hat ja eigentlich noch weniger Handlung. Ja. Also, er lässt, er lässt viel weg, beziehungsweise, äh, deutet viele Sachen allenfalls mal an. Was ich aber gar nicht verkehrt fand, weil dadurch konnte man sich, äh, sehr auf die, auf, auf, auf das, was im Zentrum eigentlich passiert, konzentrieren. Und das ist eben Jude Law, äh, äh, Wendy und Peter Pan. Wobei ich auch sagen muss, Peter Pan, das, das hat mich so überrascht. Und die kommen, äh, kurz nachdem die im Nimmerland ankommen, ist Peter Pan für eine ganze Weile abwesend. Das war irgendwie irritierend. Wo ich schon überlegt hatte, ziehen sie das jetzt durch bis zum Finale? Und halt quasi Wendy wird die, die neue Anführerin für eine Weile. Und dann halt kommt er relativ zügig wieder. Aber es dauert schon so um die zehn Minuten, bis er dann, kommt mit einem sehr schönen Auftritt auch. Ich fand, ich fand die, die Enthüllungsszene dann, fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Äh, aber ansonsten war ich, war ich kurz auch, ähm, überrascht. Oh ja, äh, das, und wo ich halt dachte, äh, eventuell ziehen sie das ein bisschen durch. Was den Titel noch ein bisschen mehr rechtfertigen würde. Aber so rechtfertigt sich das auch schon. Äh, in der Art und Weise, wie, wie Wendy hier ein bisschen, äh, hochgebieft wurde. Aber das, 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 das Ding ist, weil ich das Gefühl habe, ist, wo, wo ich halt nirgendwo sagen kann, oh, die Performance war schlecht oder wie auch immer. Ich wünschte halt nur, ich hätte mehr gesehen von allem. Weil ich hab das Gefühl, keiner kriegt wirklich Zeit, sich zu entfalten. Die verbringen, wenn's hochkommt, einen Tag in Nimmerland. Mhm. Mhm. Es ist halt wirklich super kurz eigentlich. Und das Ding ist halt, oh, die, das ist nicht mal so, als würden sie groß den Prolog ausbauen. Ich tun sie gar nicht. Das ist auch alles runtergekürzt. Und es ist so überhastet. Das ganze Pacing kam mir halt fürchterlich überhastet vor, wo ich mir halt dachte, wurde hier mehr geschnitten, eventuell. Weil es ist halt, mein, wirklich mein Hauptproblem, und das ist halt, ähm, etwas, was ich auch schon angedeutet habe, ist, die lassen hier Details weg, die, die Handlungssachen erklären. Und, und deshalb weißt du halt, zum Beispiel halt, die etablieren, oh, Hook hasst Uhren. Die, die beschreiben nicht, warum. Das ist einfach nur, ja, wie gesagt, ich hab was gegen Uhren. Und dann, und die erklären nicht das ganze Ding mit dem Krokodil. Und als dann für eine Szene, dass ein Krokodil auftaucht, da denkst du, da denkst du dir halt, als jemand, der nichts mit diesem Quellenmaterial tut, da denkst du dir, okay, was soll das jetzt? Halt, das ist einfach, es wirkt einfach nur, als würde kurz so ein wildes Tier dann kommen, random. Weil, das, daraus machen die, die erklären nichts von der ganzen Backstory. Von wegen halt, oh, die Hand und Krokodil und Wecker und so. Nichts. Wo ich mir halt denke, warum? Halt, das ist das, das sind die Kernelemente, die man erklären muss für Leute, deren erste Berührung dieser Film ist eventuell. Halt, ich, ich frag mich halt, wie man das da so nachlässig irgendwie versendeln kann. Ja, ich muss zugeben, das ist mir jetzt irgendwie nicht so aufgefallen. Vielleicht auch, weil es, äh, ja, weiß ich nicht, so, so, äh, ikonografisch ist oder einfach bekannt ist. Ich mein, klar, natürlich kann man jetzt auch nicht immer alles voraussetzen. Aber, äh, also, so bewusst als, als Lücke ist mir das jetzt ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Das, aber das, ich mein, man muss ja auch nicht alles jetzt groß ausschmücken. Genauso wie halt, man braucht ja nicht in jedem Superman-Film braucht man jetzt eine Sequenz, wie Krypton explodiert. Oder man muss nicht die, die Hintergrundstory von Spider-Man, man muss es nicht dann ausführlich zeigen, wie von der Spinne gebissen wird. Aber ihr müsst irgendwie etablieren, ey, übrigens, ich hab diese Kräfte, weil ich von einer radioaktiven Spinne gebissen wurde. Und alle Spider-Man-Filme haben das irgendwie wenigstens kurz mal erwähnt, dass du dann weißt, ah, okay, alles klar, cool. Und, aber halt, du musst trotzdem davon ausgehen, dass vielleicht irgendein Kind das hier schaut, was noch nie was mit dem Filmmaterial zu tun hatte. Und so gesehen, aber ich, das Ding ist, der Film ist auch nicht wirklich interessiert daran, jetzt diese Geschichte zu erzählen, ist das Ding. Sondern es ist einfach nur, hey, wir zeigen hier ein paar Szenarien, die irgendwas mit Peter Pan zu tun haben und ich filme das in meinem typischen Stil. Und das war's dann aber auch schon. Also, was man, was man merkt und was der Film auch gemeinsam hat mit David Lowry's The Green Knight, dass er solche Legendenbildung nimmt und einfach mal hinterfragt. Also, Wendy zum Beispiel Peter, beziehungsweise merkt, dass der eigentlich ein ziemlicher, ja, eigentlich schon Egomane ist. Und es gibt ja auch wirklich richtig düstere Interpretationen von Peter Pan, wo eigentlich klar wird, und das kommt hier im Film für mich auch mal durch, dass er und Hook sich womöglich gar nicht mal so unähnlich sind. Und dass, wenn Hook weg wäre, Peter Pan theoretisch dessen Platz einnehmen würde. Hm. Na, das, äh, und, und, äh, das ist eigentlich auch sehr gelungen. Sie haben ja auch, äh, ohne jetzt natürlich zu spoilern, äh, sie haben ja auch ein Stück weit, äh, ne, ne, äh, sag ich mal Origin-Geschichte von beiden einfließen lassen. Die ja auch, glaub ich, schon in dem Pan von, äh, von, äh, hier Joe Wright, glaub ich, zum Tragen kam, so ein bisschen. Das ist definitiv da ein Bestandteil, ja. Ja, also das, das ist etwas, was da der ganze Film, wo dann da ist, Hook nicht Hook, sondern, ähm, ja, ein anderer Charakter. Und dann am Schluss deuten sie an, wo es dann hinführt, auf eine ganz schlimme Art und Weise. Naja, genau. Ja, aber das ist durchaus, das hier ist nicht der erste Film, der so mit dieser, mit dieser Art von Backstory spielt. Genau, äh, also das, das, ähm, implementieren sie hier so ein bisschen. Es hat für mich ehrlich gesagt auch funktioniert, auch weil es, ähm, rein übers Erzählen ging. Da könnte man jetzt natürlich sagen, oh ja, äh, Show, Don't Tell, äh, besser. Ja, aber es hat für mich funktioniert. Und angenommen, man hätte jetzt noch irgendwie pathetische Rückblenden, äh, gebracht, weil, äh, und da finde ich, eigentlich hat Jude Law einen sehr guten Job gemacht. Ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass er irgendwie in Richtung Comedy geht. Und, äh, er verleiht dieser Figur auch etwas, was man aus der Vorlage kennt und was zwar auch im Disney-Film durchaus vorkommt, sogar im Hook-Film von Spielberg. Aber was dann immer wieder halt mit, ja, mit, mit, äh, Übertreibungen und Klischees und Klamauk gebrochen wird. Nämlich, dass Hook eigentlich eine sehr, äh, ja, ein sehr melancholischer Charakter ist an für sich. Auch mit einer gewissen Todessehensucht sogar. Ja, das ist halt etwas, was die Version von 2003 so viel besser hinkriegt. Äh, weil sie sich da auch sehr viel mehr Zeit nehmen, weil sie da irgendwie die Verfilmung von 2003, die ich auch öfter gesehen habe, tatsächlich im Kino, weil sie mir auch sehr gut gefallen hat. Ja, mit Jason Isaacs, ne? Ja, genau, Jason Isaacs. Und, ähm, da finden sie aber diesen Fokus, wo sie halt gesagt haben, wo, wo wollen wir den Fokus setzen? Und da haben sie gesagt, wir wollen ja tatsächlich wirklich eine, eine, eine wachsende Beziehung so auf diesem, auf diesem Weg zum Erwachsenwerden halt zwischen, zwischen Peter und Wendy haben. Und das soll der Anker sein. Und alles andere ist, ist relativ ähnlich wie im Buch mit hier und da ein paar Freiheiten und so weiter und so fort. Und da denke ich mir, nee, wunderbar, das ist ein guter, das ist eine gute Vorgehensweise, um die, um die Verfilmung in irgendeiner Form besonders zu machen. Einfach auch die Performance und zwar gut und der Score, alles wunderbar. Und hier ist es so ein, so ein Mischmasch, wo ich mir denke, ab und zu versuchen die so ein bisschen vorzustoßen in diese, äh, psychologischen Sachen. Aber dann, finde ich, wird dem allen nicht genug Raum gegeben oder es ist allgemein nicht interessant genug. Und dann gefiel mir auch der Look von Hook nicht wirklich. Ich fand, er sah viel zu sehr aus wie generischer Pirat einfach nur. Und ich meine, ja klar, man kann irgendwie vom Originaldesign ein bisschen abweichen, aber hier in dem Fall fand ich es irgendwie ein bisschen unterwältigend. Ja, soll es vielleicht halt auch sein, weiß ich nicht. Also kann ich, also sehe ich jetzt persönlich nicht so. Ich fand Jude Law eigentlich ziemlich gut. Der hatte auch eine gewisse Präsenz in einigen Szenen. Klar, der Film ist jetzt auch nicht mehr, weiß ich wie lang, äh, Hook zum Beispiel. Ich war total erstaunt, wie elendig lang der geht. Der geht ja wirklich fast zweieinhalb Stunden. Ja, du brauchst auch eine gewisse Zeit, um das entsprechend zu erzählen. Ja, man kann dem Film mir durchaus ankreiden, dass er irgendwo ein bisschen handlungsarm ist. Auf der anderen Seite weiß ich es aber auch zu schätzen, wenn man mit der wirklich x-ten Verfilmung des immer gleichen bekannten Stoffes oder weithin bekannten Stoffes, wenn man da auch sich einfach mal traut, Schwerpunkte zu verschieben oder zu setzen oder eben auch Sachen einfach wegzulassen. Vor allem Sachen, die jetzt auch nicht so wahnsinnig essentiell sind. Auf der anderen Seite fällt es auf, dass es die Aspekte sind an dem alten Film, die aus heutiger Sicht halt wirklich problematisch sind. Also, ich hab den ja, wie schon gesagt, äh, jetzt noch mal geguckt. Und, äh, also die Darstellung der, äh, hier, damals noch Indianer, heute eher indigener Ureinwohner, ist verdammt schwierig in dem Film. Aus heutigem Kontext, genau. Damals haben sie sich halt nichts bei gedacht. Das ist eine Sache. Und da gab's noch einen anderen Aspekt, äh, von dem Film, der doch irgendwie ... Ja, äh, hier, äh, hier Tinkerbell, dass die halt eigentlich keine wirkliche Funktion innerhalb der Geschichte hat. Und das, ja, könnte ... Also, da erweist sich möglicherweise die Diversität vielleicht auch als Segen und Fluch, weil man es sich wahrscheinlich nicht traut, äh, wenn man schon so eine ikonische, äh, Rolle mit ... Also, die ist ja wirklich ikonisch, auch über den Film hinaus, weil die ist ja Teil des Disney-Logos seit immer. Und sie hat, sie hat unfassbar viele, ähm, eigene Spin-Off, animierte Filme und so weiter. Also, wo sie auch ein ganz anderer Charakter ist, aber hey, kann man machen. Wie auch immer. Ja, äh, und sie, sie haben halt ihren, also, ich würd nicht sagen, dass sie ihren Charakter geändert haben. Sie haben ihn halt so ein bisschen ... Also, die, die, die ist halt nur dabei. Ja. Und sie, sie haben sich nicht getraut, äh, und das ist jetzt halt die Frage, vielleicht auch aufgrund, äh, der, äh, Schauspielerin, die ja irgendwie iranische Wurzeln hat. Äh, ja, das vielleicht, weil der Charakter ist ja, in der Vorlage und in dem alten Film sogar einfach negativ besetzt. Ich mein, die verhält sich teilweise wirklich wie, äh, eine rachsüchtige Psychopathin, muss man leider einfach sagen. Ja, das Ding ist, dass sie ja auch einen gewissen Arc hat innerhalb der Geschichte. Und halt, aber sie, sie, sehr viel eher halt, hat so diese, diese neidvolle Guardian-Funktion für Peter Pan. Mhm. Und versucht, ihn zu beschützen und ist vielleicht ein bisschen verknallt in ihn, aber nicht so direkt. Wie gesagt, ich find, ich fand die Interpretation in dem 2003er-Film, ich finde, der hat das sehr, sehr gut hingekriegt. Mhm. Ähm, wo einmal, einmal grandiose, nonverbale Performance von Louis de Vincennes je, dort sowieso. Und, äh, ja, und ich finde halt, im Fall von Hook, da haben sie's halt ein bisschen übertrieben in eine bestimmte Richtung, wo ich mir dachte, okay, das ist irgend so ein Vertragsding. Ähm, und, ja, Julia Roberts, wie auch immer, äh, armen Frau, äh, das war kein leichter Dreh für sie und das war für Spielberg nicht leicht. Ja, aber, notier, aber ist es so, das ist so schade, ist es so nichtssagend, wo man halt, keine Ahnung, wenn ja die Rolle in irgendeiner Form ändert, dann macht sie in irgendeiner Form so, dass sie ein bisschen interessanter ist, als so, dass sie halt einfach nur die nette Fee ist, die irgendwie dabei ist. Und das trifft leider auch auf die verlorenen Kinder zu, weil ich mochte deren Designs, ich mochte die Kinder, die sie dort besetzt haben, ich fand, das hat alles sehr schön funktioniert. Und dann haben sie kaum eine Rolle. Sie haben eine Intro-Szene und dann stehen sie größtenteils irgendwie im Hintergrund rum und sind ab und zu Stichwortgeber und Geberinnen. Und das fand ich so schade, wo ich mir halt dachte, wenn ihr, wenn ihr euch da Mühe gebt, das irgendwie so ein bisschen besetzungstechnisch auszubauen, geil, das, das finde ich wunderbar, aber da macht irgendwas draus, dann, dann gibt denen, dann gibt denen mehr Raum, gibt denen mehr Charakter. Und dann tun sie das nicht. Und dann sind sie einfach nur irgendwie da. Und das fand ich so schade, weil ich hätte so gern noch ein bisschen mehr von denen gesehen, weil, wie gesagt, ich mochte deren Designs, ich mochte deren Schauspieler und Schauspielerinnen. Ich finde, die haben das richtig schön gemacht. Und dann sind sie einfach nur irgendwie im Hintergrund größtenteils. Und das ist so schade. Na, da werden sich dann vielleicht sogar diejenigen eher drüber freuen, die sich ja fürchterlich aufgeregt haben, dass es jetzt auch, dass es neulichs verlorene Kinder und nicht mehr verlorene Jungs heißt. Ah, und die sprechen das so schön an. Ja. Wo sie halt, we are the lost boys. Und dann fragt sie Wendy, but you are girls. Und die so, yeah, so. Und sie so zu sich, I guess it doesn't really matter. Ja, ja, das ist halt das, worüber sich Leute irgendwie mokieren. Und vor allem dann auch immer mit diesem Argument kommen, ja, in dem, also in Nimmerland hätte es ja nie Kinder gegeben, weil ja Peter Pan irgendwie gesagt hätte, also verlorene Jungs sind ja die, die irgendwie aus dem Kinderwagen gefallen sind. Und wenn die dann nicht irgendwie nach sieben Tagen abgeholt werden, dann landen die da mehr oder weniger. Und ja, da muss dann, also im Roman sagt er dann Peter Pan, ja, warum gibt's denn keine Mädchen im Nimmerland? Dann sagt er ja, ja, warum? Weil ja Mädchen viel zu klug sind, um aus dem Kinderwagen zu fallen. Was eigentlich auch, äh, also der, der, der Satz, der Witter hat auch ständig angebracht und immer auch J.M. Barrie zugeschrieben. Dabei ist das eigentlich nur eine Einschleimerei gegenüber Wendy. Höchstwahrscheinlich. Ich denke mal, so kann man das durchaus interpretieren. Ich denke mal, das ist vielleicht so ein Fall von Peter, hat sich vielleicht noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Nee. Und halt, so ist es halt, so ist halt irgendwie das Ding. Und außerdem, man muss ja auch bedenken, es kommt ja, das Buch ist ja aus einer gewissen Zeit, wo Mädchen und Frauen ja quasi nichts tun sollten sowieso. Also, also hat man sie eben auch ausgespart von dem ganzen Spaß, der so in Büchern und Geschichten los war. Ja. Einen Punkt möchte ich noch anbringen. Der Kollege Christopher meinte ja, dass das schon in dem alten Disney-Film so war, beziehungsweise der Grund, warum Peter so fasziniert ist von Wendy, weil er halt vorher noch nie ein Mädchen gesehen hat. Hm. Das ist aber, also, im alten Disney-Film ist es jedenfalls nicht so. Da ist er dann vor allem fasziniert, weil, ach ja, ich hab dir zugehört, weil du ja Geschichten über mich erzählt hast. Da denkt man sich auch wieder so, also es kitzelt auch wieder so das Ego bei dem in erster Linie. Also, ich muss auch sagen, sie haben sich tatsächlich getraut. Und Peter Pan fasst schon, also, ja gut, jetzt im Nachhinein dann auch bei dem alten Disney-Film, aber mir ist jetzt echt nochmal bewusst geworden, was das eigentlich für ein Unsympath ist. Ja, es ist ... Bei Wendy ist es wirklich so ein Effekt wie, ja, ich schaffe es endlich, meinen Lieblingsautor oder was auch immer zu treffen und dann stelle ich fest, der ist eigentlich ein Arschloch, ne? Ja, das hat so ein bisschen diesen Effekt durchaus. Und hier ist eben das Problem halt, hier wirkt es so ein bisschen unentschlossener auch, weil ich mochte auch halt, ich mochte Alexander Maloney's Performance auch. Wie gesagt, ich fand hier keine Performance schlecht. Aber halt, dann kriegt er irgendwie zu wenig Raum und es wirkt so ein bisschen meandernd, wo man halt dann denkt, was genau ist er jetzt? Ab und zu ist er so ein bisschen so der tragische Held, dann ist er so der spaßige Angeber und der Action-Held. Und dann wiederum ist er so ein bisschen so das nachdenkliche, verlorene Kind irgendwie. Aber es ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht, ja, wie gesagt, unentschlossen. Ist halt so schade. Und dann hat er auch zu wenig Screentime und das gilt für fast alle im Cast, um dann wirklich den super großen Eindruck zu machen. Was wirklich schade ist, weil ich finde halt, beim Casting hat man hier eigentlich nirgendwo was falsch gemacht an sich. Nö. Aber dann wissen die das nicht zu nutzen. Ja, unentschlossen hast du vielleicht insofern recht, dass es manchmal wirkt wie so gewisse, sage ich mal, Einflüsse von Disney auf jemanden wie David Lowery. Und man merkt sehr deutlich, für was sich David Lowery an der Geschichte interessiert. Ja. Und was eher nicht. Das merkt man auch daran, dass auch die Brüder von Wendy, also hier Michael und John, die in der deutschen Version tatsächlich, also Michael haben sie mit Michael, glaube ich, übernommen. Aber Dings, John heißt Klaus in der deutschen Version. In der Disney-Version, genau. Sie haben es ausgetauscht mit einem typischen halt, weil John ist ja so einer der Gings, einen englischen Namen. Und da haben sie halt ein deutsches Äquivalent. Manchmal war das schwierig mit den Übersetzungen. Ich habe da kein Problem mit. Ja, ich fand es furchtbar. Die Disney-Version war wirklich die allererste Version von der Geschichte, die ich überhaupt gesehen habe als Kind. Und entsprechend war ich dann halt überrascht, als ich dann so tiefer da reingestiegen bin. Ah, okay, die Namen sind ein bisschen anders und die Verhältnisse sind ein bisschen anders. Okay. Aber wie gesagt, als Intro für diese Geschichte für Kinder ist der Disney-Film absolut fein. Ja, der ist auch, ja, man muss den halt ein bisschen mit einem kritischen Auge sehen aus heutiger Sicht, weil da halt wirklich Sachen drin sind, die insbesondere im Hinblick, ja, was leider Rassismus angeht, muss man leider sagen, ist der echt nicht gut gealtert. Ja, aber dafür gibt es ja den Disclaimer auf Disney Plus, dann ist alles fein. Aber es, ja, obwohl auf der anderen Seite der Disclaimer sagt dann auch nur, ja, es sind halt veraltete Weltbilder, aber was denn jetzt genau? Das bleibt halt auch immer so vage. Da steht sich Disney dann irgendwie auch so leicht aus der Verantwortung. Da fehlen dann halt die gezielten Hinweise, die man dann halt bei sowas wie Trigger Warnings bei IMDb finden könnte oder wie auch immer. Genau, genau. Und das findet sich auch in diesem Film insofern wieder, weil es fällt halt wirklich auf, all diese Aspekte sind entweder total stark runtergedampft oder aber kommen gar nicht vor. Ja, ich meine halt, Tika Lilly ist ein Charakter und sie ist halt auch ein Charakter, der ein bisschen mehr tut und sie fügen ihr da ein bisschen mehr hinzu. Aber dann ist da auch wieder so, irgendwie so wenig und nichts sagen dann doch. Ja. Und halt, ja, sie ist irgendwie hier und ihr Charakter, also es ist einfach ein bisschen größer und sie tut mehr. Sie ist einfach da. Und sie hat ein bisschen mehr Identität, sie darf sogar in ihrer Muttersprache sprechen. Oh ja, in ihrer Sprache reden, genau. Ja, und das ist halt alles, alles fein. Aber halt, dann ist es halt so einfach, einfach nur da, um da zu sein, habe ich das Gefühl. Ohne, dass dann halt groß was, halt, und man muss ja auch nicht mit allen jetzt irgendwie so revolutionär, oh, wie auch immer. Aber halt, wie gesagt, wenn ihr da schon wirklich, wirklich gute, gute Darsteller und Darstellerinnen findet und dann halt irgendwie da so gewisse Ideen zu haben scheint, was da Designs angeht oder so gewisse Szenarien, dann, dann macht mehr draus, halt, wird durchaus Potenzial drin gewesen. Und dann ist einfach alles nur irgendwie da, ohne großen Eindruck zu hinterlassen, was wirklich, was wirklich schade ist, gerade halt, was den Cast angeht. Ja, der Film, der scheint auch so ein bisschen so ein kleines Corona-Opfer zu sein, weil der wurde ja schon relativ früh angekündigt, sollte, wie gesagt, auch ursprünglich wirklich schon für Disney Plus sein. Und ja, gut, wenn ich, also wenn man sich die Trailer ansieht, vor allem dieser Sprung da mit dem, wobei ich das toll inszeniert fand mit diesem, mit Big Ben halt, das ist nicht wie im Trailer. Ja, stimmt, es ist, da sind Shots, die nicht, ja, wo ich mir halt auch denke, was genau wurde hier eventuell noch verändert im Nachhinein oder, oder sonst da wie, ja, es ist, wie gesagt, mir kommt es halt vor, als wäre da, als hätte Disney gesagt, okay, du kannst das machen, aber dafür wollen wir, dass das hier vorkommt und so. Und dann dieses und jenes und dann halt, als es dann letztendlich an den Schnitt ging, dann hieß es, ja, okay, es ist jetzt diese Mischung, die irgendwie dann niemanden zufriedenstellt, so gesehen, wo dann halt, also ich, ich, also auf mich wirkt es nicht, als wäre das der Film, den Lowry machen wollte. Ja, das ist so eine, so eine Frage, wobei jetzt gerade auch dann in der Szene, die ich gerade erwähnt hatte, die fand ich auch visuell ziemlich stark und da merkst du auch deutlich so, so Indie-Einflüsse von, von Lowry. Also das, das war ja das Schöne an Elliot der Drache, wenn man den mal guckt, man reibt sich da echt die Augen, dass das ein Disney-Film sein soll, weil der fühlt sich überhaupt nicht so an. Und hier ist das ein Stück weit auch so, wirkt allerdings, äh, weniger rund und, und geschlossen. Ja. Also ich muss sagen, insgesamt mochte ich den Film, ich fand ihn interessant, er hätte sicherlich, man, man hätte sicherlich noch mehr rausholen können. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, fand ich die Laufzeit an sich sehr angenehm, also der Film hat weniger Handlung als der alte Film, ist dafür allerdings in den Kernaspekten fokussierter und auch differenzierter erzählt, also vor allem dieses Gut-Böse-Schema wird schön aufgebrochen, wie ich finde. Und zum anderen, äh, ist es einfach angenehm, auch mal einen Disney-Remake zu haben, was, was, äh, nicht zwei Stunden geht, ne? Ja, dass er superdoll mega aufbläst, ähm, ja, mit dem ganzen Ding. Ja, ich meine, der Film ist definitiv, ach Gott, wie kann ich das jetzt sagen? Also höchstwahrscheinlich, er ist definitiv interessanter als das, was dann wahrscheinlich, ähm, Little Mermaid sein wird, aber das ist eben auch aus dem Grund, weil hier sitzt ein echter Regisseur am Ruder. Nicht nur Regisseur, sondern vor allem auch Autorenfilmer, naja, das Ding ja auch, äh, also er hat das Drehbuch auch mitgeschrieben. Ja, ja, genau, aber halt, ne? Aber dann, wie, es ist dieser, dieser Mischmasch aus halt, wie gesagt, dem, was Disney will und, und dem, und dem, was wahrscheinlich er wollte und das, das gleicht sich nicht gut aus. Und das ist, und das ist halt so, wo ich halt davor saß und vor allem dachte, wer, für wen ist das genau? Genau, halt, von wegen halt, es kann sein, dass es irgendwie gewissen Kindern gefällt, aber das Ding ist halt, der, es, er ist nicht, er ist nicht irgendwie, er ist nicht actionreich genug, dass er Kinder auf diese Weise befriedigt, er ist definitiv nicht lustig genug. Halt, er hat ein paar, er hat ein paar, äh, gute Figuren, die eventuell als so Identifikationsfiguren gelten können, aber denen wird dann zu wenig Zeit eingeräumt wirklich. Und dann ist auch, sind die Piraten nicht, nicht gruselig oder nicht lustig genug, um den Eindruck zu hinterlassen in irgendeiner Form, wo sich das halt gut ausgeglichen hat in anderen Filmen, weil Hook muss halt, es muss halt irgendwie so ein bisschen mehr Bedrohlichkeit sein, aber auch so ein bisschen Witz und Charme und so weiter und so fort. Und wie gesagt, das ist ja dieses, dieses Mischding, ähm, ich, 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 ich fand den, ich, ich war aktiv genervt von dem Score übrigens, welcher, welcher konstant die ganze Zeit halt irgendwie, oh, Kinderfilm magisch, Bully, 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 ähm, okay, das, das hat mich sehr gestört tatsächlich, wo, ähm, das ist schon direkt in der ersten Szene, wo halt wirklich das schon anfängt damit und ich dachte, oh Gott, weil normalerweise bin ich einer, der, ja, der ist sehr begrüßt, wenn so irgendwie große Orchestrale und wie auch immer, aber hier ist konstant ohne Unterbrechung und, und Mickey Mousing und, und bla, und das, das fand ich fürchterlich aufdringlich und eben auch so runtergedummt, wo ich dann halt dachte, ist das hier jetzt da für die Kiddies, damit wir noch extra halt, oder halt, haben die das Gefühl, wir vertrauen hier nicht in unsere Bilder und Themen, wie auch immer und deshalb müssen wir ja alles halt, ich meine halt, Leute haben mit John Williams, Harry Potter und Hooks Cross auch dieses Problem gehabt, aber guter Gott, das hier ist, ich meine, das war wenigstens gute Musik und das hier ist so, irgendwie so simpel, mal nach Zahl, und, ah, ab und zu halt ist, mir ist aufgefallen in der Flugsequenz, da ist halt eine Referenz an den, an einen der Songs aus dem Originalfilm, ähm, und ich denke mir, ja gut, kann man machen, wie auch immer, aber das war's dann auch, ansonsten halt kann ich da nichts groß Positives sagen über die Musik, und mein Schluss, mein Schlussfazit, ähm, wäre zu dem Film, und das kann ich ganz kurz, knapp zusammenfassen, und zwar mit den wunderbaren, wunderbaren Worten von Andy aus Little Britain, I didn't like it. Mhm. Okay. Ja gut, also, mit dem Score kann ich, äh, vielleicht hab ich da auch nicht so bewusst drauf geachtet, der ist ja hier von Daniel Hart, der hat, äh, auch sehr ungewöhnliche Sachen veranstaltet, bei der Musik zu, äh, The Green Knight, auch schon mit David Lowery. Mhm. Äh, zusammenfassend kann ich sagen, Also, der Film ist jetzt nicht der große Wurf, und, äh, ja, bei Disney findet er auch, glaub ich, irgendwie schwer seine Zielgruppe, ich halte es sogar für möglich, dass, dass, äh, David Lowery vielleicht insgesamt einen Peter-Fahren-Film machen wollte, und, äh, dass, äh, aber irgendwie keiner den so wirklich angenommen hat, äh, nachdem hier, äh, der, der große Flop von, äh, Pan, äh, von hier, Geoff Wright war, so, 2015, 16, wo, wo David Lowery auch, äh, Elliot der Drache rausgebracht hat, ja. Ah, und dann hat er, meinst du, er hat das eventuell, dieses Skript war vielleicht nicht ursprünglich so ein Disney-Auftrag, sondern du meinst, er hat das so, er ist damit hausieren gegangen, und dann ist es letztendlich dann hier gelandet, und dann musste er die Anpassung vornehmen? Könnte schon sein, ja. Ja, eventuell. Das, äh, wird dann auch Sinn ergeben, ich muss sagen, jetzt im Verlauf des Gesprächs hab ich schon besser verstanden, was deine Punkte sind, auch wenn ich sie jetzt nicht alle gänzlich teile, aber wenn ich jetzt so weiter drüber nachdenke, was da vielleicht rausgecuttet wurde, und angepasst wurde gegenüber dem ursprünglichen Skript, äh, oder dem Film, wie er eigentlich vielleicht hätte sein können, ja, dann, dann formt sich da schon ein runderes Bild, also abschließend kann man, sagen, ähm, der Film wird auf Disney Plus wahrscheinlich so ein bisschen untergehen, wie damals Elliot der Drache auch in den Kinos, leider, äh, ich würde aber trotzdem jedem empfehlen, der, äh, ein bisschen Interesse daran hat, und sich vielleicht auch drauf einlässt, dem neuen Film eine Chance zu geben, Es ist auf jeden Fall kein, und das kann man dem Film schon halt anrechnen, es ist kein schnödes, äh, eins-zu-eins-Remake. Mhm. Ne? Und das, was eben auch garantiert viele der Idioten anpissen wird, die halt genau dasselbe wollen, nur irgendwie in anderer Grafik, so wie bei König der Löwen. Richtig, oder wie bei Beauty and the Beast oder Aladdin oder sonst was. Oh ja, genau, genau, das ist halt nicht das, und das, das, das Erfrischende ist hier auch, dass hier sehr viele praktische Sets sind, und, ähm, es ist selten vorkommend, dass die irgendwie da vor Greenscreen rumhampeln und so, also der Look ist halt wirklich sehr hübsch. Gut, äh, dann würd ich sagen, Gott, wir haben jetzt echt in drei, vier Stunden über den gesprochen. Sure. Ist ja, äh, durchaus, äh, ähm, was so die verschiedenen Elemente angeht, kein uninteressanter Film. Wie gesagt, macht euch selber ein Bild, äh, seit heute, dann kann man ja schon sagen, dem 28. April auf, äh, Disney Plus exklusiv. Also ich würde so oder so empfehlen, äh, macht euch ein eigenes Bild und meckert dann und arbeitet euch nicht an irgendwelchen Trailern ab. Damit checken wir aus, äh, Lasse, du fällst jetzt einfach tot um und, äh, ich fange dann nicht an zu klatschen, oder? Dingeling. Ich glaube nicht an Feen, ganz fest, ganz fest. So. Macht es gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir als Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.